Kahn, Podolski, Klose, Lahm oder Schweinsteiger. Diese Kicker-Bilder haben doch viele. Wer aber hat schon einen Ben-Abel? Oder einen Till-Abel, und zwar als Klebebild? Ja, die beiden gibt's wirklich in der E- und F-Jugend des FC Großen Busek und als Sticker zum Sammeln. In diesem Supermarkt gibt's die Fotos im Fünferpack zu kaufen. Und wie der ganze Ort sind auch die beiden Jugendspieler voll und ganz dem Sammelfieber verfallen. Es ist cool, dass man sie sammeln kann. Das Aufkleben macht voll Spaß und Sammeln macht auch Spaß. Ich hab schon 65 Bilder, aber leider war meins noch nicht dabei. Ja, genau, das ist Bens Problem. Während das Porträt seines kleinen Bruders Till ist der Platz in seinem Heft leer. Aber das kann sich ja ändern. Schließlich hat sich neben dem grassierenden Sammelfieber eine eigene Tauschbörse entwickelt. Es macht doch Spaß, mit der ganzen Mannschaft zu tauschen und mit den Freunden. Und ich find's auch cool, dass andere mich auch ziehen können. Ich find das auch gut, dass wir das hier in den FC Großen Busek machen, dass ich tauschen kann mit meinen Freunden. Was ich noch gut finde, dass ich mich endlich mal gezogen hab. Und was ist mit Ben? Seit Tagen wartet er schon auf seinen Glücksgriff. Die Tauschbörse könnte ihn weiterbringen. Es macht Spaß, hier mit den Freunden zu tauschen. Weil das Blöde ist, dass ich noch nicht mich gezogen hab. Das kann doch nicht wahr sein. Doch die Chance liegt eben nur bei 1 zu 200. Zehn Mannschaften hat der FC Großen Busek. Die erste spielt in der Kreis-Oberliga, daneben all die Jugendmannschaften bis runter zu den 4- bis 6-jährigen Bambinis. Und alle Spieler, nebst Trainern und Betreuern, wurden fotografiert und als Klebefoto produziert. Das Heft ist kostenlos. Den Fünferpack Fotos gibt's für 80 Cent. Und jeder Cent davon geht direkt an den Verein. Aber das Geld ist nicht das Wichtigste. Sonst klebt man die Stars wie Manuel Neuer oder Schweinsteiger in so ein Album ein und Messi und Ronaldo und wie sie alle heißen. Und plötzlich hat man ein Album, wo man sich selbst einkleben kann. Das ist doch für die Kinder Faszination pur. Am Samstag ging's schon los mit der Aktion. Wird also so langsam Zeit für Bens ganz persönliches Erfolgserlebnis. Bis heute wurden bereits 2.000 Fotosticker verkauft. Die Idee ein voller Erfolg also. Und Ben? Wird er heute endlich zum Sieger? Ja, ich hab mich. Cocktail. Cool. Na bitte. Der verzweifelt gesuchte Sticker 170 glänzt im Album der großen Bussecker Fußballstars. Ab heute fühlt sich auch Ben als einer von ihnen. Na bitte. Wolfsge ранения